Es muss einmal ernst werden. Ich war viel allein. Wenn ich mit jemandem war, war ich oft froh. Aber zugleich gilt es für ein Zufall. Ich war viel allein. Ich war viel allein. Ich war viel allein. Ich war viel wenig Marco. Ich war viel allein. Ich war viel allein. Untertitelung des ZDF, 2020 Endlich wird es ernst. Einsam war ich nie, weder allein noch mit jemand anderem, aber ich wäre gern endlich einsam gewesen. Einsamkeit heißt ja, ich bin endlich ganz. Jetzt kann ich das sagen, denn ich bin heute noch endlich einsam. Mit dem Zufall muss es nun aufhören. Ich weiß nicht, ob es eine Bestimmung gibt, aber es gibt eine Entscheidung. Entscheide dich. Wer sind jetzt die Zeit? Wer zwei sind jetzt mehr als nur zwei? Wer verkörpert etwas? Ich bin bereit. Nun bist du dran. Jetzt oder nicht. Du brauchst mich. Du wirst mich brauchen. Und sie ist verraten. Übervertrag. Warum? Letzte Nacht träumte ich von einem Unbegonnten. Meinem Mann. Nur mit ihm konnte ich einsam sein. Offen werden für ihn. Ganz offen. Ganz für ihn. Ihn ganz als Ganzend in mich einlassen. Ihn umschließen mit dem Labyrinth. Der gemeinsamen Seligkant. Ich weiß. Du bist es. Aber ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020